Wirklich sehr schön geworden. Man kommt total gerne auf die Uni. Ich finde es super. Es ist total hell und auch oben beim Stiegenaufgang die Verzierung und die Deckenbemalung ist sehr schön geworden. Ja, es ist schön. Es ist geräumig, es ist hell. Es ist schöner als in dem Gebäude, wo wir vorher waren. Also gefällt mir gut hier. Das Gebäude ist auch schöner und alles ein bisschen gemütlicher. Eine moderne Universität in historischen Gemäuern. Pünktlich zum neuen Studienjahr wird das von der Bundesimmobiliengesellschaft umfassend sanierte Hauptgebäude der Universität für Bodenkultur in Wien festlich ihrer Bestimmung übergeben. Insgesamt haben wir 100 Millionen in den letzten vier Jahren insgesamt im Bau oder abgeschlossen. Und das ist natürlich auch ein Beweis dafür, wie wichtig diese Universität, die BOKU, ist. 120 Jahre alt ist mittlerweile das historische Hauptgebäude der BOKU. Eine funktionsgerechte Sanierung stellte eine besondere Herausforderung dar. Wir haben hier das Hauptgebäude eigentlich, den Hauptgebäudekomplex der Universität für Bodenkultur saniert, der der älteste Teil der Universität, des Campus ist und dementsprechend auch unter Denkmalschutz steht. Es gab viele Diskussionen um diese Sanierung, aber am Ende, glaube ich, eine gemeinsame gute Lösung. Im Rahmen der aufwendigen Sanierung der Fassaden wurden verborgene Malereien und Ornamente entdeckt und originalgetreu restauriert. Auch der Innenhof erstrahlt in neuem Glanz und neuer Funktionalität. Eine moderne Kantine sorgt für das leibliche Wohl, ein Fluchtstiegenhaus samt Evakuierungslift für zeitgemäße Sicherheitsstandards. Dank neuer Fenster sowie der Erneuerung der Lüftungsanlagen kann die Energieeffizienz des Gebäudes wesentlich gesteigert werden. Nach vielen Jahren der Renovierung hier, aber auch nach vielen Jahren des Kämpfens für einen neuen Türkenwirt, ist das ein besonderer Tag für mich und auch für die gesamte BOKU. Und ich denke, dass das Haus auch noch lange Zeit halten wird. Man sieht, dass man alte Gebäude immer wieder schön renovieren kann. Doch schon seit längerer Zeit ist klar, dass die BOKU mehr Raum braucht. Auch wenn manche beim Gedanken an den legendären Türkenwirt sentimental werden, war der Abbruch unumgänglich zur Sicherung des Universitätsstandorts. Im Vordergrund steht natürlich für diese Universität, die am stärksten wachsendste Universität in Österreich ist, Platzbedarf, neuen Platz, neuen Raum zu schaffen. Die BOKU hat in den letzten Jahren ihre Hörerzahlen mehr als verdoppelt. Und wir haben daher gemeinsam entschieden, dieses Haus neu zu bauen und werden dort insgesamt rund 20 Millionen Euro in dieses Gebäude investieren. Der Baubeginn ist erfolgt. Ab 2018 werden im TÜVY neu mehrere Institute, ein Hörsaal mit 400 Plätzen, sowie Lern- und Lehrbereiche in die Gunst modernster Heizung-Kühlsysteme dank Erdwärme und Photovoltaik kommen. Und auch ein neues, typisches TÜVY mit Gastgarten wird das Studentenleben versüßen.